Hallo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video... Kelly, du bist mir grad... Ey, ihr habt mir... Mädels... Hallo, willkommen zu diesem schönen Video, mit dabei ist Kelly. Hallo, ich bin Kelly. Und mit Lina. Hi, ich bin geile Titen. Tobi... Brigitte. Ich bin der Einzige, der keine Titten hat. Ja, Kelly, mach die mal bereit, denn wir spielen heute gemeinsam Fortnite. Mädchenrunde, auf geht's. Warte, ich bin noch gar nicht aus den Einstellungen raus. Oh nein, ich bin wieder offline. Ich habe alles kaputt, es tut mir so leid. Oh, mein Kopf. Also mit Melina haben wir eben schon gespielt, Melina hat Leistung gezeigt. Kelly, wie ist es bei dir? Was, ihr habt schon gespielt? Natürlich. Wir haben diese Strip-Challenge gemacht. Doch, doch, wir haben diese Strip-Challenge gemacht. Ach so, die von RiceGum. Ja, genau. Kelly, siehst du auf der Map, wenn du M drückst, wo du hinfliegen musst, ja? M? Ja. Aha, ja. Okay, und jetzt drückst du Leertaste und springst raus und fliegst uns hinterher. Okay. Ja, Kelly, Kelly, dreh dich. Genau, du fliegst richtig so. Ja, genau in die Richtung. Ich höre eine Kiste, Leute. Okay, Kelly, hol sie dir, hol sie dir. Spannend. Das ist dein Ding, Alter. Das ist deine Runde. Ey, Tobi, ich habe den Überloot, ne? Ich habe nur Scheiße. Okay, Ladies, wir müssen loslaufen, ne? Okay, ich schalte auf meine Knarre um. Oh mein Gott, ja, wir müssen echt... Ich schalte auf meine Knarre um. Ey, guck, guck dir mal den hier an. Ich komme nicht über den Zaun. Ey, Kelly, ohne Witz. Das ist einfach genauso, als würde man mit dir im echten Leben rumlaufen. Hilfe, ich hänge im Zaun fest. Oh, Baby. Melina, das hat eine Tür. Susi haut da drauf rum. Vorne sind safe irgendwo Gegner. Nein, nein, ihr habt gesagt nicht, dass man springen muss. Achso, ja, Kelly, man muss auch springen manchmal. Wie ist das mit deinem Freund das? Lass mich einfach. Nein, bitte lass mich zurück. Vor uns, vor den Spieler, vor den Spieler. Ey, warte, warte. Bei Faddlefields, Faddlefields. Nein, Melina, warum schießt du? Ey, Melina, lässt du bitte die Natur in Ruhe. Erkennst du nicht die geilen Titen? Achso, tut mir leid auf die Entfernung. Ich sehe immer nur die spitzen Nippel. Die schießen dir direkt neben mir. Okay, Jungs, kommt mal mit. Melina, also du auch, Junge, ne? Klar, man kennt das. Ja, ja, ja. Hab ich knocked. Nice. Mit Tobi. Sein Maid ist in dem Haus, Tobi. Sein Maid ist in dem Haus. Da kommen seine Maids. Ich lass euch mal machen, Jungs. Ja, mach mal. Hauptsache, du überlebst. Machen wir weiter, ja. Kaiser? Ich bekomme gleich einen Kopfschuss. Ich seh's schon. Nein! Von wo? Ich bin krank, weil ich nicht weiß, wie man sich duckt. Wie duckt man sich noch? Ist down, ist down, ist down. Oh nein, nein. Granate? Aua. Oh mein Gott, wie ich zu der Granate ausgewichen bin. Links vom Haus, links vom Haus. Ja. Down. Da laufen noch welche. Oh nein. In dem Haus drin, in dem Haus drin, ne? Levi links. Levi links. Levi links. Ja, ich weiß. Ich bin die Einzige, die keinen Plan von Garnas hat. Ja! What? Hast du? Tobi, 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 unter der Treppe kämmt der. Tobi, Tobi, Tobi. No, no, no. So eine Mitgestalt. Oh mein Gott, da ist der Mann. Guck ihn dir an. Was? Guck ihn dir an. So eine Mistgeburt. Egal, wir versuchen's nochmal, Alter. Nein, 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 nein. Ist sowieso neu auf der Map? Lucky Landing? Ist komplett neu, ja, ja. Das Lucky Ding ist super cute. I love it. Oh Gott, hier ist einer mit mir. Oh, da sind so viele. Hier sind ja echt ein paar. Danke, Melina. Oh! Ich hab einen Kill, bin zufrieden. Oh shit, oh shit. Ich lande direkt bei irgendeinem. Kelly, Kelly, Kelly. Nein, nein, nein. Tobi, Tobi, Tobi. Wir müssen Kelly rappen. Okay, was geht hier? Levi, Levi, ich hab 10 AP. Oh oh. Da ist jemand in dem Haus. Wo denn? Ich hab 10 AP. Ich versteck mich hier hinter der Bank. Und wenn da einer vorkommt, dann verhack ich sie mit meiner Axt. Bro, ja chill. Mann, wo denn, Alter? Ich raff doch nichts, Mann. Ja, hinter mir. Ich steh, ich steh einmal so rum, einmal so rum. Du sagst hinter mir, Mann. Oh shit, shit. Oh Gott. Wir haben uns, glaub ich, gesehen. Ah, geile Tiefen. Ich seh nicht. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab noch nicht meine Knarre. Kelly, warte hier. Du kannst mir eine geben? Ja. Nice. Alter. Rechts. Links. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich bin tot. Ich hab nicht überlebt. Ich hab nicht überlebt. Dieser brutale Headshot am Ende. Einfach bei Melina. Okay, ganz ehrlich. Okay, wir liegen ganz hinter. Tschau. Ja, wollte ich auch. Als ob wir zu diesem Müllplatz gehen, Junge. Boom. Let's go. Meine Finger tun schon weh vom Tastenhalten. Meine Finger tun weh vom Tastenhalten. Ah, die Zone ist so weit weg, dass wir auf jeden Fall sowas von dem Arsch sind. Die Zone ist maximal beschitten weit weg. Floddertown hier müssen wir noch mitnehmen. Tobi, ich hab noch eine AR für dich, wenn du möchtest. Ey, ihr jüngste Mädels, wir müssen weiter, ne? Mein Game ist bequressed. Mein Game ist bequressed. Tobi, was? Mein Game ist bequressed. Mein Game ist bequressed. Tobi, nein. 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 Wie kannst du uns so im Stich lassen? Okay, Tobi, was machen wir jetzt? Wir nehmen dich mit, wir nehmen dich mit. Ich hab jetzt erst... Tobi, bleib stehen. Tobi, bleib stehen. Bleib stehen. Was geht hier? Tobi, nein. Du darfst nicht weiterlaufen. Ich kann... Ah, er ist gestorben. Oh nein. Ich hab alle seine Sachen. Lass mich aufpassen. Ach so, hier sind welche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich versteck mich im Bauch. Oh mein Gott, dieser Granatenwerfer, Alter. Kelly, Melina, wenn ihr jetzt M öffnet, seht ihr auf der Map tilte Towers. Seht ihr meinen Drachen? Seht ihr meinen Drachen? Ja. Fliegt den Drachen hinterher. Seht ihr den 25 Euro Drachen? Alter. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich hab noch gar keine Waffe. Tobi, bei mir ist jemand. Tobi, ich brauche Hilfe. Der ist unten gewesen. Ich hab dem irgendwie voll viel Hitze gegeben. Okay. Oh mein Gott. Hier ist wirklich Hardcore. Hier ist Hardcore. Geht in die Häuser rein. Geht in die Häuser rein. Ich versteck mich hinterm Haus. Okay, Melina. Ich hab zwei gekillt, ja. Okay. Okay, Tobi, wir pushen blaues Haus. Komm. Okay, hier mit hoch, hier mit hoch, hier mit hoch auf das Haus. Tobi, wir sind Spieler. Jetzt wird's ernst. Ja. Ich halt mich hinter euch. Komm, komm, komm. Hab ihn... 18, was? Ja, du hast noch... Hab ihn down. Ähm. Ich hab gar keine Waffe. Ich sterbe ohne euch. Ich sterbe einfach ohne euch. Ich sterbe einfach ohne euch. Ich gebe Geräusche. Oh. Hier rein, hier rein. Ja, hier ist nichts, hier ist leer. Weiter. Oh, ich muss mich so konzentrieren. Ich hab Angst. Ich hab Angst, eins zu verlieren. Die waren da oben gerade. Über uns direkt, Tobi. Über uns. Ja, ja. Jo! Der ist hier. Lol, hast du ihn gef***t, Melina? Hab ihn. Hier unten sind noch welche drin, Tobi. Wo ist der? Da hinten noch ins Zoom. Komm, 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 komm. Der wippt mit Nate. Der wippt mit Nate. Kann man komm so weiter? Sollen Leuten überhaupt? Heißt der gestorben? An seiner eigenen Nate? Ich bin gestorben und er auch, ja. Okay, komm mal mit mir, komm mal mit mir, komm mal mit mir, komm mal mit mir Mädels. Kelly, vorsichtig. Kelly, er kommt, er kommt. Er ist down. Geil. Find ich den, find ich den, find ich den. Sehr schön. Ruhe, 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 ruhe. Hake, ich hab nur noch ne Hake, das war's. Hey, warte, wie verschluckt der? Scheiße, Alter. Ist der immer noch da? Ja. Ey, Mädels, Mädels, Mädels. Die sind beide laut, die sind beide laut, die sind beide laut. Oh, push die. Melina, jetzt, jetzt. Schieß, nein! Kelly! Kelly, komm! Kelly! Mach was, Kelly! Mach doch was, Kelly! Die steht... Die steht nur da rum! Ich hatte, es ging nicht. Ich hab geschossen, es ging nicht. Du standst nur auf der Stelle. Kelly war... Nein, nein, nein! Was denn, Melina, was denn? Ich wollte ins Haus, ich bin da unten gelandet. Tobi, wir pushen das Haus. Oha, wie ernst das plötzlich ist, ey. Ich hab richtig Angst. Ich muss pieseln, ich bin so aufgeregt. Ey, Tobi, bei uns wird gefightet hier in der Nähe, ne? Ja! Okay! Warm, Junge. Da geht er down. Headshot! Seid ihr soweit, seid ihr soweit ready, Mädels. Willst du die pushen? Ja, ins Haus ist nicht, da ist alles leer. Ja, aber warum? Da können wir uns... Gute zentrale Position, komm. Ich glaube, Tobi, über uns. Da unten sind die. Wo sind die denn, wo sind die denn, Tobi? Da hinten, da siehst du die goldene Minigun. Direkt abhauen die gar nicht. Wo bin ich? Ah. Einer ist unter. What the hell? Die sind so low alle. Hat nochmal Hits bekommen. Okay, Moment. Have I knocked? Oh, auf dem Nate. In hell! Ich sterbe! Ich sterbe! Ey, da geht mir. Tobi, Tobi, Tobi. Einer schon hochgepusht. Tobi, Tobi, Tobi. Einer schon hochgepusht. Tobi, Tobi, Tobi. Äh, finde ich mich. Ja, lol, Alter. Okay, ein letztes Mal, ey. Ein letztes Mal. Es ist so ein trauriges Spiel. Ich muss wirklich gehen, Freunde. Okay. Okay, dann tauschen wir dich gegen Jodie. Hallo, Jodie. Jodie? Melina geht. Du musst jetzt eine Runde mitspielen. Please, Jodie. Wollt ihr denn aufnehmen, bitte? Ja, wir müssen, mindestens, Jodie, du weißt, der Win. Mach's gut, Melina. Tschüss, geile Titte. Ich liebe die Mädels. Das macht richtig Spaß. Jodie, ich habe gerade am längsten überlegt. Überlegt? Am längsten überlegt, wie ich diesen Satz sage und mir ist das dabei rausgekommen. Unverkacke, ja. Ich habe einen Busch. Ja, ja, nimm den Busch. Zieh den an. Wozu? Den Busch? Macht nichts. Ich bin rennender Busch. Amazing. Guckt mal. Oh, ich war kurz ein fliegender Busch. Toll, jetzt habe ich den Busch verloren, weil ich ihn gefallen bin. Das war echt eine traurige Geschichte gerade. Oh mein Gott, ich verliere so viel Leben, weil ich die ganze Zeit einfach runterspringe, weil, I don't give a chance. Da ist jemand, in dem Haus. Ja. Ah, nee, nee, weiter. Baby, hallo? Was weiß ich für ein Geräusch? Hallo? Baby? Versucht uns da gerade jemanden zu erschießen? Als er alleine war. Aber danke, dass du mir geholfen hast. Hier steppt jemand draußen. Stimmt. Oh. Ich versuche dir zu helfen, ich kann aber nicht. Gib mir deine AR! Mann! Oh, der hat eine goldene Ska, Levi. Der haben wir, wenn ich sie nicht kriege. Ich habe keine. Ah, ja. Ich will jemanden killen. Von wo kam das? Alter. 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 Auf einmal hoch, auf einmal hoch. Auf einmal hoch. Auf einmal hoch. Es soll immer hier hochlaufen, der Penner. Es sind alle Fallen der Welt. Tobi, ich habe Trank für dich. Tobi, was machen wir mit diesem Typen, Mann? Die sind Wahnsinnigen. Was? Tobi, was machen wir mit diesem Typen, Mann? Tobi, wo bist du denn? 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 Oh mein Gott, hat der irgendwas zum Healen? Verbände. Okay, Mädels, kommen wir zu uns. Wir pushen mal nach gegenüber hier, das Haus. Oh Mann, geil. Man kann sie einfach in der Luft Wege machen. What the hell? Ja, ja, ja. Amazing. What the hell? What the hell? Piste oben. Wir müssen trotzdem mal in die Zone. Du? Wo seid ihr? Ich habe nicht geduckt. Hier tanze ich. Hä? Warum tanze ich? Hat das jemand zu dir geworfen, Kelly? Ja, das war ich. Ich war sehr verwirrt. Okay. Zone, 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 Zone. Wir lassen mal die Stadt hinter uns. Bei mir steppt jemand, bei mir steppt jemand, Tobi. Wo bist du? Ja, wahrscheinlich Kelly oder so. Nein. Komm her. Wieso gehst du alleine? Hier ist jemand. Du bist in einer ganz anderen Richtung, ne? Ich bin auch hier. Der ist hier unten drin, der ist hier unten drin. Das ist aber alles. Ich bin einfach nur da. Oh, ich habe auch einen hier. Zwei, drei, vier, vier. Hier hinter euch, hinter euch, hinter euch. Oh, ihr gerade herkommt, Rebi. Laufen auch über die Mauer. Oh mein Gott, ich habe es noch reingeschaut. Über alle. Oben, oben. Kelly oben. Unten, links, rechts. Anscheinend. Schieß, schieß. Ich bin, glaube ich, mittendrin. Super gemacht, Kelly. Ich bin tot. Wo schieße ich hin? Ich sehe nicht. Von hinten, von hinten. Tobi, von hinten. Von hinten, Tobi, von hinten, von hinten. Oh mein Gott, von wo denn, Alter? Tobi. Ich bin aber auch direkt reingerannt. Ich spack. Ey, ist das lächerlich, Alter. Wie viele Teams sind denn das? Ja, drei oder so. Die haben sich alle gegen uns verbündet. Die hassen YouTuber. Ja, ich glaube auch. Alter. Oh mein Gott. Traurig, traurig, traurig. Ja, Leute. Echt sehr traurig. Mal gucken, was für ein Video das gibt, ne? Noch nie so scheiße hochgeladen, aber... Melina hat die getweeten. Das ist ein geiler Titel, also machen wir es trotzdem, ne? Also, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Kelly vorbei, bei Jodi, bei Tobi, bei Melina. Das war's von meinem Part von Amity Girls. Lasst einen Daumen nach oben. Hau da rein bis zum nächsten Mal. Ich mein Dank, es hat Spaß gemacht. Tschüss.